Letztlich glaube ich konnte keiner damit rechnen, dass wir jetzt ins Finale eingezogen sind mit dem Sweep gegen Kaufbeuren, mit dem Halbfinale gegen Kassel und was die Fans hier auch jetzt in den letzten Wochen und Monaten hier abgefeuert haben. Also vielen, vielen Dank an euch alle und das, was wir hier sehen, macht uns natürlich extrem stolz, weil es auch irgendwie das widerspiegelt, was wir die letzten neun Monate hier geschafft haben. Das ist auf jeden Fall ein ganz großen Applaus hier. Zwei, drei. Zwei, drei zum ersten. Wir steigen jetzt in den Bus und fahren nach Hause. Zwei, drei zum ersten. 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 Vielen Dank.